Vielleicht macht er mir Rüstung. Aus Eisen, was ich nicht besitze. Guck, ich hab nämlich fast kein Eisen. Das probieren wir doch mal jetzt aus. Ah, uh. Mein Aufzug ist scheiße irgendwie. Schmied! Einen Bauer gab es ja auch noch, ne? Ähm, der Schmied ist natürlich wieder bei der Priesterin. Was machen die eigentlich hier die ganze Zeit? Ey, Schmied! Spezial. Hilfe ersuchen. Was? Spezial? Hilfe ersuchen. Geht wohl nicht. Geht bestimmt erst ab 100 Herzen oder so. Soll ich dir mal die Goldbahn schenken? Du erkennst dein gutes Geschenk, wenn du es siehst. Ha! Warte mal. Geht das jetzt? Spezial? Hilfe suchen. Ne. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Ich hol mal ein paar Goldbahn gleich. Vielleicht hilft der mir ja, indem er mir Rohstoffe bringt. Ich könnte mir aber ein paar Diamanten bringen. Hopp! Hui! Das ist ja voll geil mit den Dorfbewohnern. Ja, wie viel nehm ich denn da jetzt? Huch! Ja, acht euch nur auf jeden Fall. Ich glaub, bei einem hat der einen richtig krassen Punkte-Boost gegeben. Schmied! Ich hab was für dich! Und da, wo das ist, ist es noch viel mehr. Och, jetzt hab ich schon wieder Hunger, oder was? Also, Jeremy ist immer noch nicht wieder da. Das heißt, äh, die Stunde dauert schon ganz schön lange. So wie es aussieht. Was bist du eigentlich für einer? Du bist ein Bauer, ne? Warum rennt der eigentlich immer die ganze Zeit hier so rum? Ey, Schmied! Interagieren, schenken. Zack! Das ist unglaublich! Spezial, Hilfe suchen. Willst du mich verarschen? Muss ich ihm noch einen schenken? Okay, jetzt aber. Spezial. Was soll das? Was ist mit ihr? Interagieren, schenken, Gold. Ja, die mag auch Gold, die alte. Lol! Baby adoptieren, Baby aufgeben. Ehepartner scheiden. Die ist schon mit jemandem zusammen, glaub ich. Achso! Keine Paare gefunden. Zurück. Aha, interessant. Baby adoptieren. Denn sie ist so süß. Ich bin traurig, dass sie geht. Was? Wer geht? Warum, was? Verstehe ich nicht. Gib mal Hilfe jetzt! Warum geht denn das nicht, Alter? Interagieren, schenken. Hier, hast du noch ein bisschen Gold? Warum kann ich das dann anklicken, wenn es nicht funktioniert? Hier hast du noch ein bisschen Gold. Willst du mich verarschen, oder was? Wie viel will der denn noch haben? Zurück. Handel. Ja, genau. Also der hilft mir schon mal nicht. Du, hilfst du mir? Lol. Ah, den kann ich einstellen. Ackerbau, Fischen, Holzfällen entlassen. Wie heißt das denn, bitte? Einstellen. Entlassen. Ackerbau, Fischen, Holzfällen. Holzfällen. Baumsorte. Akazier. Dark Oak. Das brauche ich. Start. Los. Ich sehe keine Bäume. Willst du mich verarschen, oder was? Okay, wahrscheinlich müssen die Bäume hier in der Nähe sein. Dann soll da mal normale Eiche fällen kommen. Äh, Holzfällen. Eiche. Start. Der Willett hier mit seiner Axt wild rum. Wo ist der Vogel? Hm. Er ist jetzt irgendwo. Okay, alles klar. Also das funktioniert schon mal. Voll geil. Da ist er ja. Fertig mit dem Holzfällen. Dann gib her. Inventar. Ah, 14. Okay. Das war nicht besonders viel, mein Freund, aber danke. Voll geil. Man kann die für sich arbeiten lassen. Voll nice. Der könnte jetzt auch einen Acker anbauen. Wie macht der das denn? Komm mal her. Das will ich mal ausprobieren. Ich hab den... Der gehört mir ja noch ein paar Minuten. Da. Komm her. Spezial. Ackerbau. Radius 15. 15, 20. Alter, man kann riesen Fett mit dem machen. Farm in Stand halten. Start. Was macht der jetzt? Was machst du jetzt? Muss ich dem was geben? Inventar. Warte mal. Ich geb den mal. Was ist das denn? Ich hab ein Baby. Willst du mich verarschen? Wieso hab ich ein Baby? Und wie sieht das aus? Okay, warte mal. Ich hab hier aber keine... Ich muss den bestimmt... Warte mal. Ich geb dir mal Kartoffeln. Inventar. Hier, nimm die mal. Jetzt bau an. Los. Wie funzt du denn das, Alter? Lass noch ein bisschen Erde kommen. Go. Funktioniert auch nicht. Warum hab ich jetzt ein Baby? Ich soll alles auf dem Boden platzieren. Stand da. Rechts dick auf dem Boden, um das Baby zu einem Kind wachsen zu lassen, sobald es bereit ist. Ich hab ein Baby. Guck mal, ich hab ein Baby. Das ist ja Jeremy. Spezial. Inventar. Der hat mir echt was zu essen gebracht. Voll geil, Alter. Äh, Spezial. Was kannst du noch? Kampf. Und du kannst so kämpfen und jagen, ja? Modus töten. Das kann man nicht ändern. Start. Weg ist er wieder. Das ist ja richtig cool. Mann, ich find in dieser Folge so viel raus. In dieser Session. Düt, düt. Und düt, düt. Und düt, düt. So, Steine. Na gut, viel hat er mir jetzt aber nicht gebracht, ne? Aber das ist, wenn ich selbst sammeln müsste. Das waren ja viel zu viele. Ah egal, ich brauch für die anderen Häuser, brauch ich später auch noch was. Ups. Was war jetzt dumm? Weg. Okay, jetzt muss ich wohl selber dunkle Eiche besorgen. Dark Oak Wood. Dann machen wir das jetzt. Ach ne, warte mal. Erst mal. Ich muss den Platz schaffen. Sieh mal einer an. Mein bester Freund. Das ist ja richtig geil, dass man die für sich arbeiten lassen kann. Ein Gold machen geht aber vom Preis her. Dann ist Gold wenigstens auch mal was wert bei Minecraft. War ja generell nicht so viel. Ob man damit machen konnte. Dann mach ich hier mal die restlichen Steinchen rein. Spitzhack ist bald kaputt. Wolle kommt nicht mehr rein. Half-Flaps hier. Treppen können auch da rein. Die brauch ich erstmal überhaupt nicht. Warum funktioniert das mit dem Ackerbauen nicht? Warte mal, ich geb dem mal ein paar. Wo waren die, ne? Ich geb dem die mal. Vielleicht bringt das ja was. Der soll ja nach wie vor ein Feld anbauen. Er weiß nun anscheinend nicht wo. Oder so. Guck mal, der steht immer noch da. Mit seiner Hacke in der Hand. Spezial-Inventar. Wie hast du das hier? Fängst du jetzt an? Mach doch! Spezial. Hör auf damit. Spezial-Inventar. Ne, nicht Inventar. Mach mal Ackerbau 5. Vielleicht geht das ja. Wie geht das nicht? Aber warte mal, das ist ja Instandhalten, ne? Wenn ich da Ackerbau auswähle. Methode Farm-Instandhalten. Das heißt, es muss schon eine existieren, damit er das macht. Der wird die dann wahrscheinlich immer abbauen. Ähm, folge mir. Hatte ich jetzt schon alles hier abgebaut an Farms? Komm mit. Du Vogel. Komm! So, hier. Haben wir nämlich eine Farm. Spezial. Ackerbau. Warte mal, Radius 10. Start. Aha. Aha! Wie geil ist das denn, bitte? Das ist ja richtig geil. Jetzt machst du die andere Seite noch? Yes! Nice! Ich hab einen Sklaven. Obwohl, ist er kein Sklave. Ich hab ihn ja bezahlt. Das ist ja richtig cool, Alter. Inventar. Und dann ist der Kartoffeln. Ich hoffe, der macht jetzt auch weiter. Obwohl er keine Kartoffeln mehr hat. Aber müsste eigentlich auch die ja nur abbauen. Hä? Ich wollte gerade sagen. Das stimmt aber irgendwas nicht. 164 Kartoffeln? Das war mehr als das der Kartoffeln, was der hatte. Ähm. Baby. Warte mal, ich setze das mal in mein Haus, wenn es fertig ist. Ich weiß ja nicht genau, wie lange es jetzt dauert, bis es fertig ist. Mädchen? Ach, das ist ein Mädchen. Okay. Bam! Geht immer noch nicht. Geh jetzt auf den Boden, Mädchen! Sobald es bereit ist. Ja, wie lange soll ich es denn mit mir rumschleppen? Schubdi-dubdi! Äh, ach ja, ich wollte ja Holz sammeln. Ah! Ja, vergessen. So, das mache ich jetzt noch. Das Holz sammeln. Dann schnell das Haus ohne Dach fertig bauen. Und dann werde ich die Session beenden, weil ich nicht... Ah! Dein Baby kann nur erwachsen werden. Okay, alles klar. Dann hören wir mal auf damit. Dann machen wir das mit dem Haus nächste Session. Dann kümmere ich mich erst mal um das Kind. Das wird in mein Haus gesetzt. Das ist mein Baby. Jetzt habe ich bei Skyrim ein Baby, also ein Kind und hier bei Minecraft. Alter, wie geil ist das denn? So, zack. Hallo! Ey, bleib stehen. Linz. Ach, Linze heißt die. Ach so, deswegen war die traurig. Weil ich jedes Kind weggenommen habe, oder was? Interagieren. Spielen. Das wird Spaß machen. Was spielen wir denn überhaupt? Aber nicht auf meine Kartoffeln rumspringen. Ach so, die spielt mit sich selber, oder was? Also, jetzt nicht... Das meinte ich jetzt so gar nicht. Ja, die läuft jetzt wahrscheinlich irgendwo rum. Ich hoffe mal, die wohnt jetzt bei mir. Weil wenn die die ganze Zeit draußen rumläuft, ne? Das ist ja schon ein bisschen gefährlich. Also, die Wachen können anscheinend nur jagen gehen. Oder kämpfen. Jeremy, was hast du mir denn mitgebracht? Inventar. Ja, das geht klar, komm. So, du bist jetzt aber dafür entlassen. Danke. Es war großartig für dich zu arbeiten. Ja, das gefällt mir doch zu hören. So, Leute. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zugucken. Ich weiß nicht genau, wie lang die Folgen werden. Könnte sein, dass die etwas länger werden. Könnte sein, dass die etwas kürzer werden. Ich bin mir nicht so sicher. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Session von Minecraft wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.